Oh Mike, was muss ich da neulich sehen? Mike, du am Schachspielen gegen Kobe Björn. Oh Mike, ich hab's mir schon fast gedacht. Mike, von Schach hast du wirklich noch weniger Ahnung als vom Basketball. Mike, oh Gott. Und dann noch gegen Kobe Björn. Oh Mike. Eigentlich hätte man weinen müssen, aber es war dann doch so schlecht. Oh Mike. Mike, wie kommst du nur immer auf solche Ideen? Wie hat mein Opa immer gesagt? Schuster, bleib bei deinen Sohlen. Mike, oh da spielt er Schach und hat halt wirklich absolut keine Ahnung. Mike, oh Gott. Ich mein, was kommt als nächstes? Wo hast du immer diese dummen Ideen her für deine Videos? Mike, oh ich hab mich wirklich aber auch doch köstlich, köstlich amüsiert über dich. Das war wirklich, oh mein Gott. Das war schon erschrecklich. Schreckenschlechtwahnsinn. Oh Mike. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich dir fast mal eine Lektion erteilen, aber Mike, du weißt, ich hab wirklich Besseres zu tun, als mich hier mit dir einzulassen. Ich schreib gern mal einen Kommentar und sag dir, wo der Hammer hängt. Aber mehr Zeit möchte ich da dann doch nicht investieren. Mike. Ach Mike. Ich kann's echt. Nein, Mike. Mike, du siehst ja, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln über dich. Ich kann's nicht mehr. Nein, ich kann's nicht mehr. Nein, Mike. Mike. Oh mein Gott. Und was musste ich da wieder hören? Wie, du kannst nicht zunehmen? Ich mein, Mike. Hast du in deinem Leben schon jemals Nudeln gegessen? Ich mein, mit Nudeln nimmt jeder zu. Das weiß doch wirklich jeder. Mike. Oh Mike. Ja, ich kann's nicht zunehmen, 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 ich kann's